Schwere, beklemmende, düstere Zeit. Das ist so der Dezember. Das Licht erstirbt immer mehr, bis es dann zu Weihnachten wiedergeboren wird. Alleine die Tage werden kürzer, kürzer und genauso ist es auch mit unserer Stimmung. Denn wir haben ein sehr prägendes Quadrat und zwar ein Jupiter-Saturn-Quadrat. Und der Jupiter steht im Zwilling. Und da geht es ja oft einmal um Kommunikation, ums Denken auch. Und ist ja eigentlich so ein Planet der Fülle. Und der steht im Quadrat, im Spannungsaspekt zum Saturn. Und der Saturn ist ja die Einschränkung, ist eigentlich so die Beschwerlichkeit, die da raufkommt. Das ist auch durchaus die Krise, kann man sagen. Und dieser Saturn steht ja immer noch im Fischezeichen drinnen. Und wenn die beiden ein Quadrat haben, das wir so beim ersten Mal schon so gegen 4. Dezember so wirklich einmal merken, weil da wird es ein bisschen aufgeladen, komme ich gleich dazu, denn da spielt dann der rückläufige Merkur noch mit, da merkt man einfach, das ist so eine Krisenzeit. Auf der einen Seite ist es eine Glaubenskrise, eine Sinnkrise. Man glaubt vielleicht nicht mehr, was man, also man weiß eigentlich nicht mehr, wem kann ich dem vertrauen, was kann ich denn noch glauben, was mir gesagt wird. Und hat da einen tiefen Vertrauensbruch auch oft einmal drinnen, unter solchen Vorzeichen. Und beim anderen ist es natürlich mit Merkur rückläufig. Und der Merkur ist ja auch der Händler, der Handlungsplanet, der genau mit der Sonne in Konjunktion steht, dem am 4. Dezember. Wo man dann merkt, okay, in Opposition zu Jupiter gibt es einfach so einen Spannungsaspekt, wo ich merke, okay, da geht sich vielleicht irgendwas bei mir nicht aus, da wäre ich vielleicht im Denken woanders, da bin ich vielleicht unzufriedener, da fühle ich mich blockierter. Und das ist so eine Zeit eben, wo eine gewisse Frustration herrscht und wo man auch wirtschaftlich durchaus Einbrüche erleben kann. Das ist auch so eine Zeit, wo man das Gefühl hat, womöglich geht sich was mit dem Geld nicht ganz aus. Oder ich habe das Gefühl eben da zu sehr eingeschränkt zu sein. Und da ist eindeutig dann der Lösungsweg, wenn es wirklich ums Finanzielle geht, weil dieses Düstere, das begleitet uns jetzt einfach im Dezember. Da geht es auch darum, welche Werte hast du denn gespeichert, was gibt denn dir eigentlich Sinn. Denn das kann jetzt einfach mal vom Prozess auch so sein, dass ich sage, vielleicht gebe ich auch für die falschen Dinge Geld aus oder glaube einfach, dass das Geld irgendwo einen falschen Wert für mich hat. Und es geht eigentlich um ganz was anderes zurzeit. Also da muss man einfach sagen, okay, um den 4. Dezember rum ist das einfach sehr massiv aufgeladen, dieses Jupiter-Saturn-Quadrat. Auf der einen Seite, wie gesagt, wirtschaftlich schwierig, auf der anderen Seite eine Glaubenskrise. Und das dritte ist auch dann noch einmal so ein bisschen dieses, ja, da wird etwas schön geredet und da ist etwas nicht ganz ehrlich. Also das würde ich auch nochmal über die Kommunikation sehen. Also immer prüfen, was hört man denn in dieser Zeit? Ist da was, was dir vielleicht Angst macht? Kriegsrhetorik zum Beispiel, weil Pluto und Mars, da haben wir auch schon darüber gesprochen im letzten Video, die haben ja dann auch wieder einen Spannungsaspekt, also diesen Gewalteskalationskonflikt. Und da ist durchaus einfach möglich, dass das auch noch einmal so hochgepusht wird und dass da vielleicht nicht alles so ganz ehrlich kommuniziert wird und man sich da nicht verunsichern lassen sollte. Merkur rückläufig ist natürlich auch keine gute Zeit für Geschäfte, für Verträge. Also das immer prüfen, das kann immer zu Frustrationen kommen. Und nachdem der Saturn dann eben auch im Quadrat am 4. Dezember rum auch zur Sonne steht, da fühlt man sich dann auch oft einmal so erschöpfter, eingeschränkter. Also das ist ein bisschen so eine Krisengeschichte. Außerdem ist eben auch der Merkur im Halbquadrat zu Pluto, also da ist noch einmal so diese Transformation drinnen und auch noch einmal so dieses Loslösen. Ich habe ja auch schon das letzte Mal gesprochen vom Erbe, auch noch einmal so von Erbgeschäften. Also da kann auch Frustration eben drinnen sein mit dem Erbe, mit der Familie. Und das ist halt einfach ein bisschen eine angespannte Zeit, muss man sagen. Wenn man jetzt sagt, okay, wie kann man die Transformation positiv sehen, also wie kann man das positiv betrachten, dann geht es wirklich darum, dass Dinge einfach einmal, die vielleicht schon länger stecken, einfach mal auch rausgetragen werden können. Also es kann schon sein, dass ich so einen Leidensdruck kriege, so einen Frust kriege, dass ich wirklich einmal gezwungen bin, auch etwas zu ändern, was ja dann am Ende des Tages wieder etwas Positives bewirken wird und kann. Aber auf jeden Fall, wir haben beklemmende Stimmungen. Und wenn du auch dazu neigst, ein bisschen zur Sentimentalität, zu depressiven Stimmungen neigst, dann lass dich jetzt im Dezember nicht runterdrücken, wenn du das Gefühl hast, da ist etwas Hoffnungsloser oder du fühlst dich angestrengt und es ist alles mühsam, aber es geht dir alles schwerer von der Hand. Also bitte lass dich von dem nicht unterkriegen. Das ändert sich auch wieder zum Jahresende hin, aber der Dezember ist da ein bisschen angespannt, einfach mit den Konstellationen. Interessanterweise ist halt wirklich dieses Saturn-Jupiter-Quadrat exakt am Heiligabend. Also am 24. wird dieses Quadrat exakt, wenn man sich das anschaut. Und das ist natürlich dann schon genau an Heiligabend, wo man sagt, okay, die Stimmung könnte düster sein. Ja, die Möglichkeit ist da natürlich durchaus gegeben. Also noch einmal, prüf da bitte deine Werte und prüf auf deine Sinnhaftigkeit. Was gibt dir Sinn, was gibt dir Glauben? Das ist wirklich so in dieser dunklen Zeit eher eine Zeit der Reduktion, der positiven Reduktion und auch des Rückzugs. Also erwarte da jetzt nicht, dass da irgendwelche neuen, großartigen Ideen auf dich zuprasseln oder die große Vision auf einmal daherkommt. Das ist eher etwas, wo man sagt, da bist du eher in dir, da kochst du in dir dein Süppchen. Lass dir da den Schneid nicht abkaufen und verliere den Mut auf keinen Fall. Also das möchte ich dir da nochmal mitgeben. Denn es ist auch natürlich so, wenn ich sage, der Jupiter ist so der Optimistische und der denkt immer, die neuen Ideen sollen jetzt raussprudeln. Da kann es eben sein, dass der Saturn ganz schön zurückbremst und zurückzieht. Und das ist dann natürlich schon sehr belastend auch. Und wie gesagt, wenn du dazu neigst, eher depressiv zu sein und gerade in dieser Zeit, dann schau, dass du dich viel bewegst, dass du rauskommst, dass du vielleicht Sport machst, dass du ein bisschen Tapetenwechsel auch reinkriegst, dich vielleicht mit Freunden triffst und nicht so in dieser eigenen Suppe immer sitzen bleibst. Denn wenn die Energie mal so blockiert und auch so vom Kosmischen her, dann spürt man das schon. Das heißt natürlich nicht, dass du jetzt vom Kosmos gezwungen wirst, als depressiv zu sein, sondern das ist einfach ein Faktor, der andeutet, hey, pass ein bisschen auf, wenn du zur Melancholie neigst, wenn du eher zu etwas Beklemmendem neigst, wenn du das Gefühl hast, meine Güte, meine Hoffnung ist jetzt irgendwie weg oder ich hau irgendwie jetzt gerade, ja, einfach so allen Glauben habe ich irgendwie verloren, es macht nichts wirklich Sinn, dann lass die Lehre auch mal zu und nach der Lehre wirst du merken, kommt auch wieder ein neuer Sinn für dich raus. Also da bitte einfach ein bisschen aufpassen, ein bisschen Gewahr sein, dass da was in der Luft liegt und das kriegen wir, denke ich, auch zu spüren. Es kann eben das Gefühl sein, dass die Arbeit wahnsinnig zäh von der Hand geht, dass das irrsinnig schwierig ist. Also da bitte nicht zu sehr frustrieren zu lassen. Es ist auch die Möglichkeit mit dem anderthalb Quadrat zwischen Jupiter und Pluto, also da kann es natürlich auch sein, dass da, ja, eben so die falschen Propheten, so dieses Gurutum irgendwie noch einmal aufflammt und jemand sagt irgendwas über die Weisheit oder Wahrheit, aber in diesen Vorzeichen kommt das normalerweise nicht vor. Also das wären dann eher für mich die falschen Propheten. Wir haben auch noch ein Halbquadrat dann zu Weihnachten zwischen Saturn und Pluto, und das ist auch noch einmal so eine ganz zähe, blockierende Energie. Also da kann es auch natürlich sein, wir werden Weihnachten extra noch einmal anschauen, aber da kann es natürlich auch noch einmal sein, noch einmal dieses Gefühl des Feststeckens, dass da was absolut nicht vorangeht. Und das eigentlich auch, diese Strukturen, dass man merkt, hey, vielleicht fühle ich mich in Familienstrukturen nicht wohl, vielleicht möchte ich Weihnachten heuer auch noch einmal anders verbringen. Also das ist da durchaus alles möglich. Und lass dich halt nicht einsperren und lass dich nicht unter Druck setzen von Erwartungen, von dem, nur weil es immer so war, dass man das jetzt wieder genauso machen muss. Also das wäre da auf jeden Fall mein Tipp. Wir haben also eine Energie, wo grundsätzlich Handel, wo grundsätzlich gute Ideen, Leichtigkeit ein bisschen so ausgebremst werden, ein bisschen so, ja, ein bisschen unter Druck sind. Und wo sich das auch oft einmal in Aggression entlädt, ja, mit Mars und Pluto. Also der Dezember an sich ist jetzt nicht der allerleichteste der Monate, aber es kann dann nachher heller werden, es kann dann wieder besser werden. Nur jetzt nicht den Kopf hängen lassen, es ist, wie gesagt, eine Chance auch für Rückzug. Vielleicht mal eine Fernsehserie anschauen wieder und, wie gesagt, die Zeit vergeht eh so schnell. Nur nicht zu sehr in diesem Loch drin sitzen bleiben oder glauben, alle Hoffnung ist verloren. Nein, ist es nicht. Es geht natürlich immer weiter. Aber der kosmisch hält der Dezember einiges natürlich im Petto. Wenn du das Gefühl hast und möchtest, was machen auch für 2025 und da schon nochmal an dir arbeiten, dann möchte ich dich noch an meinen Workshop erinnern, Vision 25, der am 28. Dezember live in Linz stattfindet. Das heißt, Astrologie, Tarot, da schauen wir dann noch einmal genau deine Aspekte an. Und vielleicht sehen wir uns ja da live in Linz. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf diesen Workshop, der ein bisschen so dich ins neue Jahr rein begleiten soll, dann so ein bisschen von der Energie und von den Ritualen und von der Übung her. Also da werden wir ganz intensiv zusammenarbeiten. Ja, sonst sehen wir uns vielleicht mal bei einer Sitzung per Zoom oder live in Linz oder natürlich auch hier auf YouTube. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und eine allerletzte Mitteilung habe ich noch. 65% haben meinen Kanal nicht abonniert, die sich die Videos anschauen. Also ich würde mich freuen, falls du noch kein Abonnent meines Kanals bist. Drück bitte aufs Abonnieren, kostet nichts und hilf dem Kanal weiter. Und wenn du mehr solcher Videos bekommen willst, dann freut es mich natürlich. Und ich veröffentliche auch jede Woche zwei neue Videos. Also, das war es mal für mich. Alles Gute aus dem wunderschönen Linz. Bis nächstes Mal. Dein Oliver Ehring. Tschüss.